Ja, und wie war das? Das war ziemlich schrecklich, weil ich überhaupt nicht wusste, dass ich Dienst hatte. Und ich hatte einen sehr schönen Abend mit meiner Freundin, habe auch ordentlich was getrunken, also so zwei, drei Gläschen Wein und bekam dann um viertel vor zwölf die Nachricht, wo sind Sie? Die Sendung beginnt in 15 Minuten. Und ich war noch zu Hause und habe gelallt. Wie kommt man aus so einer Situation raus? Ich war schlagartig nüchtern durch diese ganzen Stresshormone und bin dann über alle roten Ampeln durch Hamburg zum Funkhaus gefahren und habe dann diese Sendung gemacht. Mir, glaube ich, im Fahren noch die Kontaktlinsen in die Augen gepresst und bin dann in die Sendung und habe gelesen, Prima Vista. Das möchte ich nie nochmal erleben. Und nach dieser...